Hallo, das ist die Mama von Schlafmütze, der kürzlich so sich in dem Tiefschlaf befunden hat, dass man dachte, lebt der denn noch? Und den beiden Kleinen hier, Bruder und Schwester, sehen sich mal sowas von gar nicht ähnlich, aber die Witze wohl nicht aufgesammelt haben. Kam auch ganz, ganz klein zu uns, hatten gerade die Augen geöffnet. Ja, es sind ganz, ganz liebe Händen, wie man sieht, ziemlich mitgenommen. Kam auch in echt ganz schlechten Zustand, hat sich schon schön verbessert, ihre Haut und ihr Fell verbessert sich, der Schwanz ist noch ein bisschen kahl, zugenommen hat sie, ja, die Ohren waren total kahl, wachsen auch langsam nach hier. Ja, da kommt, da kommt Fell drauf. Ja, hier wird geratzt. Ratzi, Ratzikowski, heute wecke ich ihn nicht. Ich war das übrigens auch gar nicht, sondern die Laura. Ja, hier wird es zu sein. Ich war das schon.